Nee, ich hatte mir hier so ein bisschen Platz. So, dann tue ich jetzt den Grill genau hier hin, ganz klar. Aber da kriegst du aber Beine. Nein, aber es ist in Ordnung. Denn ich bin zu breit. Ich will die. So... Was? Soll ich eine Rede halten? Möchtest du? Nein, ich möchte es nicht mitmachen. Wo ist denn Fritz? Lass uns Fritz eine Rede halten. Ich wollte eine Rede halten, ganz sicher. Doch, ich bin sicher. Das hast du ja schon gesagt, oder? So zwischen dem ersten und dem zweiten... Wie heißt das? Teutschlamm? Bohle. Hugi! Hugi! So ist er. Aber diese Bananen-Idee von Wenkel, die kommt auch noch. Bananen... Da ist sie. Das war das Bananen mit Schale auf dem Grill, ne? Ja, das schmeckt geil. Ja. Mit Schale auf dem Grill? Ja, die hört mich nicht zu sehen. Ja. Ja, das ist mir wieder alles geil. Ich habe ja nicht zu sehen. Also, das ist mir noch ein bisschen... Ja. Geh mir jetzt noch vor die Kugel! Nein! Nein! Leona, Maximilian! Schluss. Ich mach das jetzt! Ja, ich schreibe Schluss. Mach das weg jetzt! Au! Die Lenkern. Die Lenkern. Du hast weg. Ich sag aber, ich sprenz, Jungs. So, jetzt mach mal hin da hier. Kommt. Ja, fließt's nicht aus, Mann. Toll. Wir haben hier noch ein extra Ding. Wir haben hier noch ein Ding. Ja, ich weiß nicht. Hat er ein bisschen zu viele Stangen drin? Stangenstern geschnitten. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Hat er ein bisschen zu viele Stangen drin? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht.